Hier, bei 70 und bei 2 Meter ist es gar kein Problem. Das sind jetzt zum Beispiel die beiden Relais von mir. 145,665 und hier 438,776,25 Da bleiben die stehen. Also da verschwindet keins. Also da bleiben die sicher drin. Ich weiß es nicht, was es ist. Ich weiß es nicht. Also du hast es ja gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich werde mal einen Funkfreund anrufen, der hat das gleiche Gerät und wir werden den mal fragen, ob der diesen Fehler auch schon mal hatte, bevor ich jetzt irgendwas hier mache. Aber so kann man es ja schön demonstrieren. Jetzt habe ich immer noch hier, Moment, eine kleine Leistung. Auf 2 Meter würde er jetzt gehen. 4 Watt. Wunderbar. Jetzt mache ich mal hier eine große Leistung. Das sind dann ungefähr so 40 oder 45 Watt. Das macht er auch wunderbar. Ja, macht er auch 45 Watt genau. Das funktioniert alles. Nur, was er nicht macht, ist Problem mit der Erkennung von diesem 23 cm Band. Das ist das Problem. Habe ich ja gerade, ja, demonstriert. Okay. Das mache ich ja gerade, ja. Danke tue. Vielen Dank.